Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Wir machen heute weiter mit der Aktion Reise in Schnappschüssen und hinein in den Felsenabgrund, Teil 1. Ach, verdammt noch mal, dieser Autor sagte mir, er wolle eine Illustration von einem tiefen Tal. Ich habe ihm mehrere Skizzen von einigen Orten in Nasuma geschickt, aber er war immer nicht zufrieden und sagte, die große Kluft sollte ein besseres Beispiel dafür sein. Reisender, bitte hilf mir, ich will einfach wissen, wie die große Kluft aussieht. Was das Thema des Romans dieses Schriftstellers ist? Nun, es geht um eine Truppe von Abenteurern, die sich in den Untergrund wagen, nur fehlt ein Wort. Fotografiere das Fu-Ao-Tal. Ein Fotopunkt muss im Bild sein. Fotografiere den Moment, in dem die Figur ihre Geo-Elementarfähigkeit auslöst. Werden wir dann auch schon? Ein Fotopunkt, wow, das ist echt simpel, wow. Ach, ich habe die Kamera wieder nicht ausgerissen, verdammt noch mal. Ja, zum Glück nur zwei Klicks. Yeah, mit dem nicen Fisch in der Hand. Sehr schön. Dann zurück zum Fotoalbum. Boah, dieses tiefe Tal. Allein beim Anschauen des Bildes bekomme ich weiche Knie. Danke, Reisender. Ich werde die Illustration so schnell wie möglich fertig zeichnen. Und dann hinein in den Felsenabgrund, Teil 2. Hui, die große Kluft, der Name klingt schon gefährlich, aber es könnte doch sehr interessant sein, helles Licht an einem so gefährlichen Ort zu sehen. Dann überlasse ich es dir, Reisender. Hilf mir, ein bisschen helle Farbe in der großen Kluft zu finden. Fotografiere die Tee an Gong-Klam. Klam, zwei Fotopunkte und fotografiere den Moment, in dem die Figur geht oder rennt. Okay, zum Glück auch direkt neben dem Teleportationspunkt, der sich dort befindet. Dann gehen oder rennen. Pff, wow. Okay, das war das simpelste Bild bisher. Wow. Das war ja mal extrem simpel. Oh, die Farbe sticht wirklich hervor. Danke, Reisender. Das sollte ausreichen. Ich gebe mein Bestes. Oh Mann. Ja, chillig. 60 Hoge Stein, 40.000 Mora, 4-Meine-Selden-Weisheit. Damit kann man leben. Und damit danke ich euch auch wie immer recht herzlich fürs Einschalten. Würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.